Willkommen zurück bei Resident Evil 3. Ja, ich bin hier immer noch dabei, diese scheiße Sicherung zu suchen. Und ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Ich hab schon alles abgeklappert, da ist kein Sicherungskasten mehr. Na komm. Hallo. Äh. Ja, eine fehlt noch. Aber wo? Aber wo? Das ist die große Frage hier. Das heißt, wir fahren jetzt mal wieder mit dem Lift hoch. Also hier hab ich schon geguckt, hier im Regal, da ist nix. Hat der eine? Ne. Man weiß ja nie, ne? So, hochfahren. Die Tür kann man auch hier aufmachen, was? Hä? Kein Plan. Da ist es, da haben wir es rausgemacht. Und wieder bin ich hier. Hm. 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 Da ist nix mehr. Kann ich das aufmachen hier? Ne. Ich schick das nicht. Wieder bin ich zu blöd dafür, oder? Kann man eigentlich hochklettern irgendwie? Geht das? Warte mal. Ausweichen, vorwärts bewegen, sprinten. Ne. Geht nicht. Also man kann nicht hochspringen. Jetzt gucken wir hier nochmal, ob hier irgendetwas liegt. Vielleicht liegt sie hier rum. Scheint nicht sowas. Hm. Da vielleicht? Nö. Hier im Regal. Ah, nix. Oder hier an dem Teil da. 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 Warte mal. Da hinten ist doch. Wie komme ich denn da hinten hin? Da hinten. Da ist doch ne Leiter. Wie komme ich denn da hin? Da muss man da irgendwie hinkommen. Da vielleicht? Ne. Ja, wenn das Teil da mal hochgehen würde, ne? Diese Rampe muss nach oben. So wie ich das fest. Ist hier ein Schalter? Ne. Kann man hier drehen? Nein. Da vielleicht? Aber nicht. So, wie sieht es hier aus? Da kommt man dann durch. Also da hinten ist auf jeden Fall was, ne? Kannst sagen was willst. Aber ich komme da nicht hin. Man kommt da nicht hin. Und hier ist auch nix. Mentalfoll. Ist hier so ein Wackelding. Und da? Tuck dich doch mal. Geht das nicht? Nö. Liegt da was? Ja, pfff. Ich hab keine Ahnung. Gehen wir nochmal hier hoch? Ah. Achso, warte mal. Jetzt bin ich ja hier hinten. Ach ne, ich bin nur hier. Oh Gott. Muss ich vielleicht irgendwie die Rampen hoch und runter machen, damit ich hier hoch geht, oder was? Aber dann komme ich ja auch nicht hin. Das ist doch Blödsinn. Ich kann hier auch nichts drehen und nix. Hier funktioniert nix. Hier funktioniert nix. Ach Gott. Dann gehen wir nochmal hoch. Also, entweder bin ich zu blöd, oder? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier. Hier. Hier ist was. Moment. Ach, guck mal an. Das hab ich gar nicht gesehen. Na, das schaut an. Kombinieren. Geil. Okay. Jetzt können wir hier runter, ne? Ja, jawoll. Ich hab's geschafft. Und dahinten ist der Sicherungskasten. Mein Gott. Oh, ich hör schon wieder was. Irgendwas lauert da hinten. Natürlich. Mein Gott. Wo kommt die alle her? Hallo. Hallo. Geht mal weg hier. Alter, was ist das denn? Alter, was ist das denn? Mein Gott. Ich hab' ich hab' nicht gleich gesagt, dass hier jetzt gleich eine Party losgehen soll. So, was ist das jetzt schon wieder? Äh. Äh. Hochwertiges Schießpulver. Was ist das da her? Ne. Gar nix. So, erstmal hier aufladen, oder? Oder haben wir schon? Ne, haben wir noch nicht. Komm, Güte, ja. Warte mal, das auch noch auf. Wollen wir da hingehen? Mach, gehen wir erstmal da lang. Hier ist doch bestimmt irgendwas. Kraut. Ne. Brauchen wir nicht. Was ich brauch, ist meine Ruhe. Von euch Monstern. Na gut, dann nehmen wir jetzt die Sicherung mit. Endlich. Warte mal, warte mal. So. So, den ganzen... Geh' hoch da. Äh. Bleib' mal vom Leib. So. Okay. Jetzt heißt es wieder zurückfahren, was? Dann gehen wir mal hier lang. Dann gehen wir mal speichern. Weil die Gau, die mach' ich nie nochmal. So. Zack. Und jetzt ab zum Aufzug. Meine Güte. Hallo. Hallo. Wehe. So. Einsetzen jetzt. Die Mischung ist auf Seiten. Nikolai verfolgen? Was? Jetzt hauen wir es mal da hoch. Natürlich. Abgehauen. Natürlich. Was so Spaß macht, was? Hier. Unfertiger Bericht. Ja, das lesen wir jetzt nicht. Das ist ja nur eine Art Tagebucheinträge. Da kommt er. Nee. Der andere. Tyrell. Hab sie erreicht. Sie geben uns ne Chance. Sie stoppen den Angriff, wenn. Und das ist ein verdammt großes, wenn. Wir ihnen den Impfstoff liefern. Bevor sie starten. Wie viel Zeit bleibt uns? Stunden, vielleicht. Dann lass uns keine Sekunde verschwenden. Hier lang. Ja, stopp. Moment. Äh. Akten. Wir lesen es doch. So. Also. Testlauf. Nee, ist alles nur mit der Uhrzeit. Nee, machen wir nicht. Okay. Äh. Folgen, ne? Genau. Wir müssen folgen. drinnen. Der Impfstoff ist weiter vorn. Okay. Lass uns durch. Check die Lage, Alter. Ha. Wo rennen wir nicht? Hallo? Ja. Sicher, du willst nicht anhalten? Anhalten? Wofür? Ich schaff das schon. Okay. Erledigen wir das. Oh, Gott. Jetzt geht's los. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Jetzt. Geh weiter. Wir sind fast da. Oh, 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 oh. Na toll. Oh. Okay, das war knapp. Hm. Was? Auf den Fersen, folgen Sie Nikolai nach unten. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wehe. Nee. Da, da. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hier lang? Ich weiß es nicht, wo ich hin muss. Hochwertiges Schießpulver. Hä, hä, sehr gut. Was haben wir hier? Ruhmgewehrmunition, das können wir brauchen. Und wieder mal eine Mitarbeitervorschrift. An alle NEST2-Mitarbeiter, die Ziele dieser T-Virus-Forschungseinrichtungen unterscheiden sich von denen der NEST-Haupteinrichtungen. Wir konzentrieren uns hier auf reale Einsatzfälle, äh, ja, die bei der Entwicklung neuer Biowaffen auftreten, beispielsweise die Erforderlichkeit eines T-Virus-Impfstoffes oder auch neue Waffensysteme mit der Fähigkeit, Biowaffen unter Kontrolle zu bringen. Einige Aspekte unserer Arbeit hier können gefährlich sein. Daher ist es unerlässlich, dass alle Mitarbeiter die Arbeitsplatzvorschriften mit äußerster Sorgfalt einhalten. Insbesondere wird der unerlaubte Zutritt von nicht genehmigten Besuchern oder die Entfernung von arbeitsbezogenen Daten oder Materialien mit strengen Disziplinarmaßnahmen bestraft. Es ist eine große Ehre, Teil einer der besten Forschungsorganisationen der Welt zu sein. Halten Sie sich das immer vor Augen und befolgen Sie die Vorschriften, während wir neue und revolutionäre Technologien entwickeln. Achso, wir haben eine Karte, also. Ah, wir haben eine Karte. Ist das, äh, okay, jetzt, äh, äh, in der Pulvergericht, genau. So, äh, Buibe, das können wir wegtun. Das ist kaputt. Äh, der kaputt. So. Dann können wir mal speichern. Sehr gut. Was müssen wir nochmal alles neu machen? Okay. Dann geht's jetzt hier hoch. Äh, nimm mal das. Wo sind wir hier? Bin ich da nicht rumgelaufen grad? Ne. Wie, hier steht alle aufwärts? Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt. Haben wir denn hier? Sicherheitsschlüssel entfernt. Hm. Ne USB-Stick. Toll. Ach man, was mach ich jetzt? Scheiße. Warte mal. Äh. Haben wir jetzt Platz? Ja. Jetzt haben wir Platz. So. Haben wir ihn jetzt? Ja. Untersuchen wir den mal. Drehen. Einem Nest 2 genutzter Notfallschlüssel erlaubt es im Falle einer Evakuierung geltende Sicherheitsprotokolle auszusetzen. Hm. Was, 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 was? Achso, den Impfstoff bekommen. Achso. Okay. Müssen wir hier noch was machen? Hör mal. Ja. Hier ist noch irgendwas. Irgendwas ist da noch. Hier ist was. Legen Sie zum Start der Impfstoff-Synthese die Rohstoffe in die Kammer. Was? Synthese? Ich muss ihn selbst herstellen? Okay. Muss rausfinden, wie. Oh, nee. Ah, hier. Da ist was. Kombinieren. Wunderbar. Wunderbar. Was ist das schon wieder? MAG-Munition. Okay. Neue Waffe jetzt, oder was? Oder haben wir die schon? Nee, ich glaub nicht. Na gut, Munition ist sie immer, ne? Da kann man nicht meckern. So, von da kam ich gerade. Dann müssen wir da hinten weiter. Ah, da ist was zum Lesen. Ist ja jetzt so eine Impfstoff-Synthese. Über die Rolle von Antigenen und Adjuvantien in der Impfstoff-Synthese. Dr. Nathaniel Barth, leitender Forscher Spencer Memorial Hospital. Für die effizienteste Synthese eines Impfstoffes sind sowohl ein Antigen und ein Adjuvans erforderlich. Was auch immer das ist, ihr Doktors. Das Antigen produziert eine Immunreaktion, während das Adjuvans die Wirkungen solcher Reaktionen verstärkt, was zu einer erhöhten Antikörperproduktion führt. Indem man Proben dieser beiden Stoffe kombiniert, kann man eine potente Impfstoffbasis herstellen. Indem man die Impfstoffbasis mit unserer eigenen Verarbeitungsanlage aufbereitet, kann eine größere Menge Impfstoff erstaunlich leicht hergestellt werden. Darüber hinaus führt die Verwendung meiner neuesten Antigen- und Adjuvansproben zu beispiellosen Raten der Antikörperproduktion. So wird eine mehr als tausendfach höhere Antikörperproduktion als durch traditionelle Stoffe erreicht. Dadurch ist die Arznei nicht nur ein effektiver Impfstoff, sondern kann womöglich auch dazu eingesetzt werden, bestehende Infektionen zu beseitigen. Sehr schön. Oh Gott. Okay, gehen wir mal wieder zurück hier. Uns war ja nix mehr, ne? Nö. Äh, war ja hier lang. Dann gehen wir mal hier rein. Der jammert doch einer. Ha! Link bleiben. So, Flintenmunition. Was haben wir hier? Was ist das? Isaac Graves Tagebuch. Die Bezahlung war üppig. Die Zusatzleistungen gut. Und am wichtigsten, sie versprachen mir, dass ich einen Beitrag zur modernsten Medizin-technischen Forschung leisten würde. Für einen Universitätsgelehrten, äh, Universitätslehrenden aus nirgendwo Amerika war das eine unglaubliche Chance. Wie ein Gewinn im Lotto. Also nahm ich an. Ich überzeugte meine Familie und wir sind hier nach Wacom City gezogen. Nun im Nachhinein weiß man es immer besser. Dieses Labor ist eine Höhle von Monstern, die grausame und barbarische Experimente mit dem einzigen Zweck durchführen. Menschliches Leben in der abscheutlichsten Weise wie möglich zu nehmen. Es ist krank. Die Welt muss davon erfahren. Aber jedes Mal, wenn ich mir genug Mut ansammle, um Alarm zu schlagen, muss ich an Penny und Casey denken und kriege dann sofort kalte Füße. Umbrella hat diese Stadt in der Tasche. Es gab da diesen Typ, den sie dabei enttappte, wie er Firmengeheimnisse nach draußen schmuggelte. Sie haben ihn regelgerecht an die Betas verfüttert. Ich habe alles mit angesehen. Ich habe meine Frau und Tochter da mit reingezogen. Ich muss nur meinen Job machen. Nur machen, was sie mir sagen. Ihre Willen. Aber dies soll ein Beleg dafür sein, dass ich ein Gewissen habe. Und dass ich meine Lektion gelernt habe. Hm. Oh, ich bin hier schocken jetzt. Oh. Oh. Okay. Ganz ruhig. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Resident Evil. Tschüss. Auf gut.